In der heutigen Folge von Keynote für Anfänger geht es ganz simpel um Tabellen in Keynote. Und damit viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Folge Keynote für Anfänger. In der heutigen Folge, wie gerade eben schon am Anfang ganz kurz erwähnt, geht es um Tabellen in Keynote. In Keynote können wir Präsentationen halten. Ja, das wissen wir ja jetzt schon alle. Man kann in einer Keynote zum Beispiel auch Tabellen benutzen. Für Tabellen und Präsentationen würde ich sagen, gibt es so eine kleine Maßregelung, würde ich jetzt mal behaupten. Es gibt ein schlechtes Beispiel, wie eine Tabelle auf einer Folie aussehen kann, nämlich so. So sollte zum Beispiel eine Tabelle nicht aussehen. Das heißt also, ewig viele Zeilen und auch Spalten, das kommt nicht gut an, gerade wenn man es sich hier einmal mal vor Augen führt. Wenn man das auf einer Leinwand sieht, fühlt man sich auf jeden Fall erschlagen, würde ich jetzt mal behaupten. Deswegen würde ich euch immer raten, wenn ihr eine Tabelle machen wollt in einer Keynote-Präsentation, dann ja immer nur einen Teil oder halt einen wichtigen Teil von der Tabelle selber. Wenn wir uns jetzt hier mal die Tabelle angucken, ist es ja eigentlich einmal eine Gegenüberstellung der verschiedenen Posten oder Sektoren auf die verschiedenen Monate. Wir können zum Beispiel mehrere Tabellen erstellen. Was ich jetzt auf jeden Fall machen würde, ist, dass wir die ersten drei Tabellen nehmen bis hin zum Sektor 4, dass wir die einfach jetzt in eine neue Tabelle machen. Eine Tabelle neu einfügen können wir einmal über den Button Tabelle. Dort haben wir wieder die verschiedenen Vorlagen, wie wir auch schon von Numbers und Pages kennen. Wenn du diese Programme schon kennst, dann können wir hier aus den verschiedenen Farben sogar wählen. Wir haben hier die Tabelle Kopfzeile, dann eine einfache Tabelle, eine Standardtabelle und einmal Summe. Um die Tabelle dann einzufügen, klicken wir diese einfach an und schon wird automatisch unsere Tabelle hier erstellt. Wir können aber auch unter Einfügen und Tabelle gehen. Da haben wir dann wieder die verschiedenen Formen. Das ist Kopfzeile, Einfach, Standard und Summe. Da können wir einfach raufgehen und schon wird eine neue Tabelle eingefügt. Wir können natürlich auch, wenn wir die Tabelle wieder ausgewählt haben, unter Format Tabelle, können wir auch wieder die Tabellenstile auswählen. Das sind sechs Stile wieder, also eigentlich nur die verschiedenen Farben. Und dann wählen wir einfach einen neuen Tabellenstil aus. Und schon ändert sich der Stil unserer jetzigen Tabelle. Nun haben wir ja gesagt, wollen wir die Daten hier mal ein bisschen verfeinern, indem wir die ersten drei nehmen und hier die ersten vier. Das wählen wir aus. Wir können es kopieren, wir können es aber auch jetzt einfach per Hand reinschreiben. Und schon können wir diese hier einfügen und die Tabelle sieht auch schon wieder ein bisschen schöner aus. Ja, natürlich können wir die Tabelle auch selber aufhübschen. Wie du diese aufhübscht, ist natürlich dir überlassen. Und damit bedanke ich mich nochmal, dass ihr reingeschaltet habt in der kleinen, aber feinen Folge zum Thema Tabellen an die nils.hilft.gmail.com. Und ich werde dann auch auf eure Fragen eingehen. Ansonsten, wenn du jetzt noch Interesse hast an einem weiteren Programm von iWork, es ist ja immer Pages, Numbers und Keynote, zum Beispiel Numbers, habe ich dir auf der linken Seite meine Numbers-Playlist verlinkt. Da kannst du gerne mal reinschalten. Ansonsten habe ich hier auf der rechten Seite von meinem Kollegen Joel, der den Joker-Kanal hat, den Apple-Produkt-Support. Da habe ich einmal die Pages-Playlist. Und die kannst du dir auch, die natürlich auch nochmal sehr informativ ist. Gerade wenn man viel mit Texten zu tun hat, ist diese Playlist wirklich extrem gut. Damit bedanke ich mich nochmal fürs Reinschalten. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.